hallo auf meinem kanal k in thailand heute sind wir ja poseidon beach paradise beach nennt sich das ganze ist ein neues restaurant barrestaurant war früher the rock und wollten wir uns jetzt mal anschauen das gibt kaffee hinten dran ist wie so gewächshaus gucken wir uns mal an wie es aussieht und wir nehmen euch natürlich mit viel spaß beim video der eingang ist ja recht schön gemacht guck mal sind auch paar leute da sicherlich zum sonnenuntergang muss man sich hier temperatur messen gibt es so ein viewpoint kannst du auf die leiter stellen zum sonnenuntergang anschauen ist das echt toll da gibt es schöne schaukeln sehr schöner strand ist das hier warum das setzen wir uns da runter oder gibt es diese typische bambushütte schöne strandlokal gehört auch dazu genau und dann natürlich ein paar schaukeln und es ist echter was los ja ich war schon mal hier verlinke ich euch gerne auch das video und zwar hat es der kaiser am 26 dezember haben sie jetzt aufgemacht und haben jetzt auch die bewertung und es ist echt was los muss sagen paar liege am strand einige tische direkt am strand kann man auch essen wirklich schöne atmosphäre und ja hoffe leute hoffe es geht mit dem ton hat mein mikrofon nicht dabei ist dann die terrasse mit dem kaffee und da haben wir uns ziemlich weit vorne gesichert und werden einen fruchtshake trinken so jetzt gehe ich wieder rauf zur torne und ich denke mal mein shake sollte schon gekommen sein hier unten drin ist eine schöne bar da ist gerade besitzer wieder runter gekommen kommt der frank zufälligerweise hallo da ist er genau gerade am filmemachen ach die torne hat gleich mal wieder was zu essen bestellt wie kann es denn anders sein ich werde mit der torne jetzt meinen seafood salat essen oder ihren ihren seafood salat natürlich aber das kleinst du weißt pass了吧 nicht so ist das nicht so ist dass ich wirklich ein礙er das ist ich mache es und ich mache es 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 Hier vorne auf der Fels sitzt alles voll zum Angeln, auch ganz gut. Gleich leer, ja, aber ist lecker, muss man sagen. Nicht gut, oder? Ja. 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 So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Sonnenuntergang. Wenn es ein bisschen gewackelt hat, ist, weil die Tarasse hier ein bisschen wackelt. Kein nichts dazu. Okay. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch da lasst oder ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Und ansonsten bis bald in Thailand. Tschüss. Komm mal gehen. Demi. 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 Demi.